Hallo ihr Lieben, Weihnachten ist eigentlich schon vorbei und ich hatte auch nicht geplant, noch ein Mini-Album zu machen, aber ich habe so durch meine Regale durchgeguckt gehabt und habe mir die Weihnachtsalben nochmal gezogen, jetzt nach Weihnachten, und dachte irgendwie, ach komm, sowas Kleines, Süßes musst du eigentlich auch für 2017 machen. Ich habe in December Daily gemacht und ich finde, da ist eigentlich Weihnachten sehr ausführlich dokumentiert, aber man hat doch viel, viel mehr Fotos und man kann die gar nicht alle mit reinbringen. Deswegen dachte ich, dass ich gerade speziell für 24., 25. und 26. noch ein kleines Album mache. Das Ganze hier ist ein 6x4 Mini-Album bzw. die Seiten sind 4,5x6, damit halt noch die Bindung hier drauf gepanscht werden kann. Und das Papier, was ich verwendet habe, das war von, ich glaube, Dani, genau, Dani Preuss war das. Das war ihr Weihnachtskit und das hatte ich gekauft. Und ich finde es echt süß geworden. Ganz wenig Aufwand. Ich glaube, ich habe das Ganze in einer Stunde zusammen gebastelt und finde aber trotzdem, dass es schön geworden ist, halt einfach, wenn man so schnell kleines Projekt machen möchte. Den Shaker hier, den hatte ich von Serena B. Sie hatte mir Happy Mail geschickt und ich fand es eh ganz süß, wenn das hier so an dem Teil dran rum-bambelt. Dann habe ich hier einfach ein Tag geholt, ein bisschen Washi. Das hier war ein Alphabet-Sticker von, ja, keine Ahnung, habe ich von der Zeit gekauft. Die Verpackung habe ich leider nicht mehr und dann auch die Die-Cut-Pieces sind von der Falala Collection. Ich werde hier noch ein bisschen was schreiben. Das habe ich jetzt aber für den Videoteil oder fürs Filmen mal noch weggelassen. Ja, Heiligabend. Habe ich einfach mal noch ein Foto von meiner Tante gemacht gehabt und sie war gerade hier Sekt am Eingießen und ich fand das Foto einfach so super schön geworden. Hat es leider nicht in mein December Daily gepackt, aber dafür halt in mein Mini-Album. Und wie gesagt, man kann halt nicht alle Fotos ins December Daily machen, aber dafür habe ich jetzt einfach das kleine Mini-Album. Da werde ich halt einfach noch so ein bisschen Journaling und sowas machen, damit ich mich da dran erinnern kann. Ich hatte diese coolen Socken gekauft gehabt und weil ich mich bei meiner Tante natürlich super wohl fühle, habe ich direkt die Schuhe ausgezogen und musste ein Foto von meinen tollen Socken machen. Und das hier waren so Kleinigkeiten, die ich von ihr zu Weihnachten bekommen habe. Also jetzt wirklich für mich, also ein paar Ohrringe in Heat-Embossing-Tool, was ich ganz, ganz toll finde. Ich glaube, ja genau, in meinem Junk-Journal, da habe ich schon gezeigt, dass ich tatsächlich Heat embossen kann. Und das hier war, glaube ich, was für Mila, zum Krabbeln über die Knie. Von Burt's Bee noch eine Handcreme, die fand ich ganz toll. Und die hatte sie mir geschenkt. Das Dye Cut ist auch wieder von Falala und das Washi war auch in diesem Kit dabei gewesen. Dann habe ich hier ein Foto von Mila. Ich bin am überlegen, ob ich hier noch irgendwie was hinstempeln soll oder noch was hinkleben soll. Das sieht mir so ein bisschen nackt aus, aber ich finde es ganz schön. Und ich finde toll bei diesem Singe-Album, dass man auch einfach Elemente aus einem ganz normalen Album mit reinbringen kann. Also ich habe einfach hier so eine kleine Flap gemacht und finde einfach schön, wie das geworden ist. Die Sticker hier, die sind übrigens von Felicity Jane, von dem Weihnachtskid war das gewesen. Da habe ich mir einzelne Teile rausbestellt. Dann haben wir hier zwei Fotos von meiner süßen kleinen Tochter. Bestes Geschenk habe ich hier geschrieben mit den Tiny Alphabet Sticker. Ja, sie liebt Sum-Sum-Biene. Aber wir gucken es halt auf Englisch. Also heißt es Wasby. Und ich habe überall nach den Teilen gesucht. Ich habe es aber nicht finden können. Und meine Tante hat doch in der Tat Ruby gefunden und ihr zu Weihnachten geschenkt. Und das fand ich einfach so cool. Deswegen bestes Geschenk ever. Dann auf der nächsten Seite noch ein Foto von meiner Maus mit meinem Opa, also ihrem Uropa. Und ja, fand die Bilder einfach so lustig. Sie hatte so einen aufblasbaren Stuhlgeschenk gekriegt noch zu Weihnachten. Den haben wir halt natürlich überall mit hingenommen. Und sie konnte dann alleine sitzen, auch am Tisch mit uns allen. Und das fand ich einfach genial. Dann habe ich hier nochmal das Familienfoto. Das hatte ich natürlich auch in meinem December Daily. Aber ich wollte es natürlich jetzt auch in dem Album nicht missen müssen. Dann ein bisschen Shaker-Action in der Pocket noch mit drin. Ihr wisst ja, ich bin total Shaker-verrückt momentan. Und dann haben wir auch... Habe ich hier einfach so einen kleinen Tag oder so eine Möglichkeit, was hinten dran zu taggen. Das hier war der 25. Das war bei uns zu Hause. Da gab es ja Rackleton von Lü. Für diejenigen, die mich ja eh schon abonniert haben, wird das nichts Neues sein. Das ist auch alles schon Teil meines December Dailys gewesen. Aber es waren einfach so Fotos, ne? Die habe ich halt natürlich nicht dokumentiert. Also hier habe ich aber das Fisch-Racklet, ähm, meine Tisch-Deko. Dann habe ich hier noch... Das war auch Falala. Da habe ich dann einfach mal hinten dran auch die Meeresfrüchte aufgeklebt, ne? Also so ein bisschen detaillierter quasi. Und ho, ho, ho to you. Und das war dann einfach nochmal der Tisch. Ich fand das einfach so schön. Ich liebe es, den Tisch einzudecken für festliche Anlässe. Deswegen, genau. Dann habe ich hier mal was anderes gemacht. Also das hier habe ich von Serena B. gekriegt. Das hier ist eine Flap. Hier habe ich... Ich hatte eine Fotoleinwand, beziehungsweise so einen Vorhang aufgehangen. Professionelles Lied habe ich ja, wisst ihr ja mittlerweile. Und habe dann einfach so eine Stange bestellt und habe dann Fotos gemacht von uns. Hier einfach so ein bisschen verziert mit Wood Veneers. Das hier ist von The Planner Society. Und dann hier einfach meine verrückte Familie. Meine Tante, meine Mama. Und wir hatten so kleine Teile. Hatte ich auch bestellt für eine Fotobooth. Und dann einfach hier so ein paar Bellys. Das hier, das werde ich noch als Journaling Tag benutzen. Da auf der Rückseite ist nochmal meine hübsche Tante, ne? Und dann einfach so ein paar Sticker. Hier unten hatte ich schon mal Journaling gemacht. Und ja, finde ich super schön geworden. Also die Seite gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hier einfach nochmal ein Familienfoto für den Tag bei uns. Ich glaube, im Hintergrund findet ihr Mila dann. Sie erzählt auf jeden Fall. Da habe ich einfach nur Family Blessings. Das hier war ein Acrylstück von Felicity Jane aus dem letzten Jahr. Dann hier ein etwas verwunderte Mama über Geschenke auspackendes Kind, was auf einmal angefangen hat zu weinen und keiner wusste wieso. Dann nochmal meine Tante mit der kleinen. Einfach so dekorative Stücke. Da werde ich aber auch noch ein bisschen Journaling drauf machen. Dann habe ich hier nochmal meine Tante und ihren Mann. Und das ist meine Mama und ich. Das fand ich natürlich auch schön. Das musste nämlich auch mit ins Album. Das hier war von Kaisercraft. Aber fragt mich nicht, wie die Kollektion heißt. Und dann habe ich hier noch ein Foto von Marians Cousine mit Mann und Kind. Da habe ich einfach so ein paar Puffy-Sticker drauf gemacht. Und das hier ist auch noch von der Kaisercraft-Kollektion. Das hier ist irgendwie so mein Lieblingslayout in dem Buch. Ein super süßes Foto von der Mila und mir. Und da habe ich dann zweiter Weihnachtstag. Das war dann bei Milas Opa. Und dann auch nochmal hier von Kaisercraft Elemente. Das hier ist, glaube ich, alles Kaisercraft. Genau. Genau. Und dann haben wir hier, habe ich einfach diese zweimal zwei Teile aufgeschnitten. Da habe ich noch was übrig gehabt, weil ich ja in meinem December Daily so ein paar Sachen kleiner geschnitten habe. Und da habe ich dann einfach noch so ein paar Fotos von meiner Hültenmaus reingemacht. Und dann hier hinten noch ein super schönes Foto. Das hat mir auch super gefallen. Da ist sie bei mir eingeschlafen. Aber ich glaube, das hatte ich nämlich auch mal im December Daily. Ja, super kleines Mini-Album, wie gesagt. Also ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um es fertig zu machen. Macht ultra viel Spaß mit der Singe. Also wenn ihr nicht vom Grunde auf ein Album gestalten oder bauen wollt, solltet ihr euch wirklich überlegen, ob ihr das Teil nicht kaufen möchtet. Ich würde nochmal gucken. Ich habe es, glaube ich, mal auf Amazon gekauft, beziehungsweise hatte es auf meiner Wishlist und geschenkt gekriegt. Und ich würde mal das Ganze verlinken. Also, falls ihr Interesse habt an so einer Maschine. Ich glaube, die ist gar nicht so teuer. Und einfach für so ein schnelles Mini-Album zu machen, ist genial. So, ihr Lieben. Wie immer würde ich mich natürlich über Daumen hoch und Kommentare freuen, sollte euch das Video und auch das Mini-Album gefallen haben. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!